Was braucht man denn nochmal für, äh, Knochenrüstung? Weißt du das noch? Ja, und was noch? Wir brauchen noch einen Stick. Einen Stick? Nein, jetzt hier für unser Schlafplatz. Äh... Hast du noch einen Stick in der Tasche? Nein. Nur den, der dran ist. Darf ich den mal sehen? Nein. Ich möchte... Was ist mit dir verkehrt, du Vogel? Später vielleicht im Zelt. Uh. Uh. Zack. 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 Habe ich einen Stick? Ich habe einen Stick. Ich habe einen Stick. Ich habe einen Stick. Ich habe jetzt auch wieder Stinks. Äh, sind das Brutobären? Ich glaube... Ah, fertig. Tatsachen. Ich habe fertig. Sehr gut. Fertig, abputzen. Erst speichern, dann schlafen gehen, weil sonst, äh, fällt das wieder auseinander. Alles klar. Ich bin dann schon mal in der Würfe, wa? Einmal schön die Augen auf Null stellen. Komm ruhig rein mit ins Bett. Jo. Ich habe schon warm gepupst. Und weg ist es. Schön, wir hatten es Ricks. So, weiter ins Schneegebiet. Ja, erstmal essen, ne? Feuer ist ja noch da. Brauchst du auch noch einen Lizard? Ich könnte ja einen draufklatschen. Weiß ich nicht. Muss ich gleich gucken. Ich klatsche jetzt einfach einen drauf, bis du da fertig bist. Ah, cool. Ich gucke hier gerade was anderes. Nice. Boah, ist alles im Griff? Das ist gut. Jo, habe ich weggeknusst. Dankeschön. Bitte. Nur für dich, ne? So, ähm. Meiner ist noch nicht fertig. Ach, jetzt. Schlückchen trinken wir uns auch noch. Dann können wir uns wieder auf die Socken machen. Wo gehen wir denn jetzt hin? Schneegebiet. Ich folge dir. Musste jetzt hier nochmal kontrollieren, ne? Ob da Alligatoren sind. Oh, Fische. Weißt du, was hier auch im Spiel noch echt gut käme? Schlamm. Weiß ich nicht. Ach ja, hör auf. Nee, das wäre cool. Das, was man hier auch essen kann. Das ist auch am besten, ne? So, ich bin voll mit Fisch. Ich habe hier zwei Fische noch einfach so für Knoppis umgebracht, weil ich es kann. So. Ich habe auch genug Fisch dabei. Dann haben wir schon mal wieder Essen. Ja, dann gehen wir mal weiter, ne? Also unsere... Wir hatten ja... Wir hatten ja... Wir hatten ja... Wir hatten ja das letzte Mal eine Festung im Meer, haben wir gebaut. Ich bin ja dafür, dass wir das diesmal hier im See machen. Ist auch in Ordnung, aber wir brauchen Medizin jetzt. Äh, ich habe noch zwei. Eine kann ich dir geben. Äh, ich könnte auch hier... Oh, 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 oh. So viele Handtaschen hier unterwegs. Ja, siehst du, das ist direkt eine gute Ressourcenquelle hier. Oh, 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 oh. Au! Ich sterbe hart, überall Kofodine hier. Alter Schwede. Hm, das war jetzt keine so brillante Idee, hier lang zu gehen. Wo ist er? Oh cool, die Feueranimation von Molotov ist auch neu. Ich bin der, der auf dem Felsen steht. Ich will es ihm nur schon mal vorher gesagt haben, ne? Ja. Sagen wir hier mal weg. Schnell noch einen machen. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Aber die Schrittgeräusche von denen, die sind auch neu, ne? Die haben vorher kein Geräusch gemacht. Ich sehe zu, dass ich da von denen Abstand halte, ne? Ich werde jetzt nicht dahin gehen und Schrittgeräusche mir anhören. Weil ich hier gerade am überlegen bin, wie komme ich jetzt wieder am Leben, äh, zu Leben, nicht an Leben. Hup, weg. Ich kann dir nur 10 geben, habe ich dir doch gesagt. Ja, dann komm mal zu mir. Nein, 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 nein. Hinter dir ist auch noch zwei. Boah, ich renne jetzt hier weg. Oh, du Feigling. Ja, ich muss erst mal jetzt in Sicherheit, damit ich, äh, planen kann. Ich weiß zwar selber noch nicht, was ich plane, aber irgendwas wird da schon kommen. Ein Molli kann ich noch machen, dann spiele ich auch Feigling. Ja, irgendwie habe ich auch so den Eindruck, die Mollis, die haben nicht so einen großen Einfluss auf die, ne? Doch, die brennen schon und rennen hin und her. Aber ich habe jetzt auch einen Molli. Ho, 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 ho. Aber die rennen ja wie Elefanten hier durch die Gegend, ne? Wieso sehe ich ihn nicht mehr? Waren seine letzten Worte. Da ist er. Bam! Das Viecher. Tod. Also wir müssen jetzt auch zusehen. Tod, sehr gut. Die haben auch wieder neues Fleisch dabei. Yes. Ich bin dafür, dass wir uns hier heimisch einrichten. Ja, super Idee. Ja, wir haben direkt, ja, wir haben direkt Krokodile vor der Nase. Das heißt, klar, ist gefährlich, aber auch gefährlich für jegliche, äh, Ur-Reinwohner, die hier angelatscht kommen. Und? Potenziell hast du da recht. Und wir können natürlich jederzeit Rüstung hier, äh, farmen. Ja, jetzt gerade noch nicht so, ne? Wie man sieht. Ja, ich gehe jetzt mal ein paar Schritte weg hier. Ah ja, die, die sind gerade, äh, die werden lustig. Sagen wir es mal so. Es muss ja auch wohl überlegt sein, wo genau wir hier anfangen zu bauen. Ja, das definitiv. Also, ich würde jetzt auch nicht sagen, unbedingt da im Krokodil-Nest, weil... Nee. Ah, ich weiß, ich weiß ja nicht. Wow! Die sind mir ein bisschen zu bissig. Ja, dann gehen wir mal hier hin. Gucken wir mal hier. Ich habe das Gefühl, meine Facecam wandert, aber ich bin nicht sicher. Nachricht! Ja, ja, das war eine Nachricht, richtig. Hast du mich jetzt geschlagen? Nein. Ich hätte hier gern irgendwo eine Location, ähm... Ihr ignoriert mich. Ich sagte nein, habe ich nicht. Du hast mich ignoriert. Hä? Ich hätte hier, ich hätte hier gern irgendwo eine Location, wo wir auch gut an Stickys, Steine und Bäume kommen. Musst du mich mal eben kratzen? Ich gucke gerade mal, ob wir hier auf der anderen Seite ein bisschen mehr Glück haben. Auf der Seite, wo du jetzt gerade noch bist, äh, ist nicht so gut. Ich bin direkt hinter dir. Juhu, hat er nicht gesehen. Meins! Also hier gibt es auf jeden Fall schon mal Steine. Und Einwohner. Und Ura, hinter dir. Hinter dir. Ja, ja, ja. Gehen wir mal weg. Ich habe da festgehangen. Ähm... Stickys sieht hier nicht so vielversprechend aus. Ja, da hast du recht. Also da ein bisschen... Ja, oh, wie haben wir das denn jetzt geschafft? Ach, guck mal. Hier sind wir da, äh, sehr gut im Kreis gelaufen. Respektabel, das muss man erstmal machen, ne? Ich interessiere mich gerade schon gar nicht mehr für den, äh, Porno-Killer des Grauens da unten. Weil wir wissen ja sowieso schon, weil wir, äh, oder vielmehr du, du hast ja nachgeschaut gehabt, da geht es leider noch nicht weiter. Das sieht wohl ein bisschen anders aus mittlerweile, aber trotzdem guckt man da nicht weiter. Ja, genau dieses, dieses anders gefällt mir. Das möchte ich mir angucken. Das möchte ich auch, aber wir brauchen ja... Tromate! Wir brauchen ja... Hi! Herzlich willkommen, ich habe es leider jetzt erst gelesen. Hallöchen. Aber wir brauchen ja auch irgendwo mal ein Zuhause hier, ne? Nein. Doch. Ja, sollten wir definitiv bauen, aber vielleicht nicht hier bei den, äh, Ureinwohnern, die... Die mögen das nicht so. Geh mal hier weg. Hier ist so ein richtiger Trampelfahrt mittlerweile. Ja. Schon mehr als ein Trampelfahrt. Oh, die haben da hinten ihre kleine Party. Schon mehr als ein Trampelfahrt, das ist ja... Ach, jetzt lasst mich doch mal in Ruhe. Komm, den. Ich, ich, ich bin fast down. Bob, der Baumeister, ist hier am Planen und ihr nervt. Ja, genau. Nervt mich zurück. Ich bräuchte jetzt... Ich geh mal hier auf irgendwie Medizinjagd. Ich guck mal, ob ich irgendwelche Pflanzen finde. Ich kann die Medizin geben. Ja, dann gib's mir, Baby. Eine. Gut, ja. Haben wir ein Tablett? Sehr schön. Ich danke dir. Erstmal hier. So. Den Kopf damit, dann kann ich nämlich wieder hier große Fresse haben. Mal hier die... die Funzel wegpacken. So. Pass mal auf. Ich finde... Ja, du machst das schon. Ich finde, das sieht hier so gut aus, dass ich hier auch bauen möchte. Ja, ja, mach du mal. Mach du mal. Ich mache auch. Und ich bin dafür, wir machen hier erstmal... sowas wie... Nein, das ist nicht hoch genug. Nein. Soll ich schon mal ein paar Bäume lapsen gehen? Das sieht gut aus. Ja, bau dir doch erstmal einen Locksled. Nö, ich baue mir jetzt erstmal eine Axt. Moment. Ich hatte doch Zähne gesammelt. Einen Zahn. Aber... Ja, schade. Den kann ich ja so nicht anbringen. Ah, Mann, 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 Mann. Hallo? Hallo? Äh, Echo? Hallo? Hallo? Echo? Ach, hast du dir den hier wieder gebracht, gebracht, gebracht? Ja, 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 ja. So. Äh, da habe ich schon mal einen Aufgang gebaut. Nein, kein Aufgang. Hier so ein... Dig. ...Custom Foundation. Ja, das ist, äh, mehr oder weniger... Das soll nur so... Ähm, wie soll ich sagen? So ein... Wirklich so ein Aufgang sein. Oh, die Custom Stairs sind anders. Sind sie? Ja. Nein, nein, nicht ins Loch! Nicht ins Loch! Ich glaube, das müssen wir erst... Wir haben unten ziemlich viel Holz jetzt. Gut. Der Holz ist für den Arsch. Ich habe mir natürlich... Ich habe mir natürlich eine Location ausgesucht, wo wir richtig schön weit laufen müssen. Aber ich finde das... Ich finde das mit dem Weg da einfach so schön, weißt du? Da können wir da vorne noch so ein schönes Tor bauen. Es gibt ja Tore mittlerweile. Passt fertig, ich habe schon zwei angebracht. Braucht gar nicht mal so viel, es sind nur 40 Loks, die wir brauchen. Ja, jetzt... Was geht eigentlich? Glück meins. Ähm, ja. Zack. Ja. Wie machen wir das denn jetzt? Warum? Eigentlich bräuchten wir Stickys, um einen Loks-Led zu bauen. Wie schon gesagt. Weil wir mit zwei Loks da jedes Mal hinrennen, ich glaube, das ist nicht so effektiv. Ich gehe mal ein bisschen weiter in den Wald rein. Ich baue dort schon mal die Blaupause hin und dann können wir erstmal das Loks-Led bauen. Oh, der Korpus-Montuli ist ausgetimt. Der hat ein Timeout. Der muss jetzt in die Ecke. Und darüber nachdenken, was er getan hat. Zack. Bleibst du wohl? Jetzt steht da hier auch noch doof rum. Aha, wahrscheinlich rausgetappt. Ach, nix. Nix. Geht doch. Ja, hier sind wir wieder beim Hashtag technische Probleme. Ja, da sind wir mittlerweile schon bekannt für fast. Also, im kleinen Perkursonenkreis. So, warte, ich müsste... Ja, richtig. Haben wir das Spiel ein... Oh, ein Sticky. So. So, haben wir uns jetzt gefangen, Spiel? Ja. Wir werden weitergehen.